hallo und guten tag zum letzten video des der reise heute das einlaufen in warnemünde die reise zu ende der zehntägigen skandinavien reise es war schön hat sie auf jeden fall gelohnt jetzt laufen in warnemünde ein und dann ab nach hause so ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Kurz an Bord Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020